So, was ist denn hier? Belohnung annehmen, bla bla. Oh! 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 Es passieren Dinge. Oh! Es gelöst, mein Darling. Oh! Hey, ich bin bereit. Ich weiß noch nicht. Ich bin bereit zum abkassieren. Okay, wir haben nur einen, mich als Speer, dreimal Arzt, zweimal Flucht und zweimal Heimler. Auf was muss ich achten? Klärt mich auf. Ganz normal wie bei Daylight spielen, ja. Achso. Gibt es mehr Dinge oder sind wir nur die selben fünf immer noch? Nein, nein, nicht mehr. Ich überlege gerade, ist es die doppelte Anzahl an Gents oder sogar noch mehr? Weiß ich gar nicht. Ich glaube acht, oder? Sagen wir so, dass wir zehn Gents anmachen müssen. Man muss auf jeden Fall mehr anmachen. Also man muss auf jeden Fall mehr anmachen. Und die Hedge, die spawnt bei zwei oder drei Überlebenden. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also anmachen kann ich. Spawnt nicht auf mehrere Hedges? Ja, genau. Spawnt drei Hedges. Ja. Ich hab das verstanden. Ja, das ist sehr gut, Dave. Das ist sehr gut. Ich hab das auch verstanden. So fucking proud. Was sagt eine Frau dazu? Ja. 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 Ich hab das ein bisschen verleert. Asko, okay. Okay. So. Code win. Und dann gleich meine verhasste Map. Fuck off. Alter, ich hab so lange kein Survivor mehr gespielt. Ah. Ich hab so lange kein DVD mehr gespielt. Das heißt ja auch, dass das extra Maps sind, die extra größer sind und so weiter. Mhm. Irgendwie ja. Ja. Ja, die müssen größer sein. Wave. Nein. Krass. Oh, ich hab Heartbeat. Jetzt nicht mehr. Oh ja, da ist er. Nee, verfolgt wen anders. Wer ist da auch neben mir? Okay. Wave und Trapper. Aha. Rück. Oh nee. Oh nee. Wer war denn das? Oh Trapper, ne geh weg. Trapper ist auf meinem Arsch. Okay, komm, ziehen wir den Jen durch. Okay. Nice, Stein. Wo ist das, Trapper? Einer ist da. Wo ist denn der andere? Okay, Trapper, ziehen wir mal hier. Oh, der Geist. Ist bei mir. Ah, shit. Hab mir einen Hit gegeben. Was war denn das jetzt? Der ist dran. Ich bin auf einmal auf die Knie gegangen. What the fuck? Naja. Oh, wer ist mein Weinchen? Ich hänge? Glaub ich? Ich weiß nicht, was das ist. Ich sehe nur gerade beide Killer. Ihr hängt halt am anderen Ende der Map. Ich muss da erstmal hinkommen. Ja, aber hier sind ein paar andere. Ich sehe sie doch. Und da hängt der Nächste. Okay, jetzt hängen drei, gleich hängen vier. Ich mache kurz den Jen, damit er nicht mehr weiter restet. Becker ist bei mir. Okay, einer ist tot. Hat nichts abge... Noch einer tot. Ich wechsel die Position? Was? Okay, ich sehe es gerade. Ich habe dich. Und gleich den Nächsten. Ja, das war ich. Ich bin hier eben aufgetaucht. Einmal fix ruhig heilen, würde ich sagen. Ja. Oh, shit, Alter, tot. Du machst das. Einmal touchy, touchy, bitte. Und hier ist auch gleich ein Jen in der Schick. Ja, dann macht ihr den Jen, ich gehe zum Abhook. Okay. Ich bin. Uh, oder auch nicht. Da ist der Geist. Führ ihn bitte nicht zu uns. Ah. Dann gehe ich mal zum Abhook. Sicher ist sicher. Oh, Falle. Nein, ab dich. Hänge. Da. Oh. Oh, da ist Trepper, okay. So, beide hier, beide Killer. Nein. Da kommt jemand zum Abhook. Ja, ich. Oh, da ist ja eine Falle gelaufen. Das tut weh. Oh, Gott. Dankeschön. Kannst du mich direkt heilen? Ja, ich wollte das nicht direkt vor der Tür machen, aber egal. Ist einer von euch denn der Schreck? Nee, egal. Nee. Der eine ist im Haus. Also, ich bin da wieder, weil der jetzt gerade hängt. Ja, ja, ich komme. Ah, scheiß. Geh doch schneller raus, du Bitch. Schade eigentlich. Oh, ich hänge wieder. So, gibt's jetzt noch Spielchecks? Oh, ja. Ich kann dich nicht abhängen. So, ich bin schon wieder runter. Ja, der eine mir im Bildschrank, der Blöde. Ich brauche noch fünf Tents. Oh, Gott, du Elf. So, hier ist direkt ein Jen. Hier ist nix. Denkt ihr gerade feiner, ne? Oh, ich gleich wieder. Voll Terror. Also, ich bin tot. Oh, no. Ahn, Beat. Ja, der kommt. Ich laufe Richtung abguck. Oh, da ist Andy, okay. Da hinten ist der Geist. Bleib doch mal stehen, Mädel. Oh, ne, der kommt. Oh, Mann. Shit. Ah, der will mich. Okay. Boah, ist dabei weg. Oh, der Geist. Au, verdammt. Oh, scheiße. Boah, beide gleich. Leckt mich am Arsch. Ich wurde gesandwiched. Hm. Aber bestimmt nicht auf die gute Art. Nee. Können wir direkt laut, die mit Schönen auch wieder raus wurden. Na klar, dass der Geist hier dann ja nicht am Schiss kommt. Fotze die. Da ist er ja. Der Geist hat sich gerade unsichtbar gemacht. Oh, nee, der ist so hinter ihm dieses Arsch her. Sag mal, was das ist. Falle. Immer noch fünf Jens, ey. Freu uns. Ja, meiner war kurz vor, äh. Also, hätte er mir noch zwei Minuten gegeben. Äh, 20 Sekunden, Mann. Oh, fuck. Idiot. Uh. Da war eine Falle. Der ist schon an. Okay, Dave hat angemacht. Da ist der Trapper. Hängt gerade einer. Nein, ne? Oh, nee. Aber da war eine Falle. Das ist böse. Hier, bobbelt doch so, ihr da. Christi rum? Oh, oh. Ich bin weg, ihr Mensch. Oh, oh, hoch. Oh, oh, hoch. So ein Arschloch. Das ist ein zweiter Geist. Natürlich kommt er zu mir. Wat? Die zweiter Geist? Wat? Ah, das war's. Thanks. So war's. Das ist ja noch stressiger als normales DBD. Alter Vater. Aber so richtig. Oh, da kommt er, kommt er, kommt er. Ich bin jetzt meine Parks. Ohne Parks ist scheiße. Balanced Landing ist nur eine blanke Illusion. Mhm. Wo hängst du Dave da vorne? Uh, da kommt er. Äh, äh, da kommt er zu. Oh nein, oh, Schande. Das. Ah, jetzt bin ich auch tot. Oh, das war's, glaube ich. Alter. Jupp. Aber ich find's super, ey. Uftata. Oh, nicht schön. Ja, gar nicht schön. Ja, gar nicht schön. Äh, bei mir. Vielen Dank.